In der neuesten Folge der Kuppelshow Bauersuchtfrau international verlässt eine der zwei Hofdamen den Auswanderer Niko freiwillig. Dabei handelt es sich um Karin, die mit Tirza um den Landwirt buhlt. Eine harte Entscheidung der 50-Jährigen, doch Karin hat ihre Gründe. Sie habe das Gefühl, dass sich Niko für keine der beiden entscheiden könne. Karin erklärt zudem, dass sie eine lange Reise auf sich genommen habe, um ihr Interesse zu zeigen, welches von Niko zu schwach erwidert wurde. Als sie Niko gesteht, seinen Hof verlassen zu wollen, reagiert dieser kaum enttäuscht und bittet sie nicht zu bleiben. Grund dafür könnte sein, dass er sich schon über die Ankunft einer dritten Frau freut, die der 47-Jährige bereits vor Karins Plänen angekündigt hatte. Während Karin abreist, wartet auf Tirza eine neue Konkurrentin.